Wir Deutschen, wir lieben den ESC. Das sieht man auch jedes Jahr an den hitzigen Debatten um die Teilnehmer. Letztes Jahr der skandalöse Rückzieher, dieses Jahr der Aufreger um Xavier Naidoo. Und ganz unbeeindruckt von all diesem Rummel hat sich eine Schülerin aus Niedersachsen das Ticket nach Stockholm geschnappt. Jamie Lee tritt für Deutschland an mit Ghost. Und die schrillen Outfits, die Wahnsinnsstimme, das ist natürlich ein hoher Wiedererkennungswert. Man könnte sagen, läuft bei Jamie Lee. Aber wird sie auch mit Ghost in Schweden, in ganz Europa auffallen? Das schauen wir uns an. Und noch ein sympathisches Lächeln dazu. Das ist Jamie Lee. Ich bin natürlich schon total gespannt auf die Bühne, auf das Outfit. Aber jetzt wirklich noch mal zur Stimme, Anke. Als du das Lied zum 1. Mal gehört hast, was dachtest du da? Top, flop, wie ging es dir? Das Problem in Anführungszeichen war, dass ich sie zugleich gesehen und gehört habe. Und mich wirklich gefragt habe, wie kann aus so einem jungen Ding so eine Stimme kommen, mit dem Umfang und auch mit dieser Sicherheit. Also die hat ja eine Selbstverständlichkeit beim Singen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann dieses Bild dazu. Man sieht einfach, das ist authentisch, das lieben sie. Das ist mir persönlich total fremd. Aber ich mag diese Farbe, dieses bisschen abgedrehte, was du in dem Alter auch alles noch machen kannst. Wo keiner sagt, oh, was macht sie denn da? Sondern man weiß einfach, das macht die, weil die das lebt und weil die voll dahinter steht. Und deswegen hatte ich so ein kleines bisschen auch Mutterinstinkt von Anfang an. Ich habe sie einfach wirklich von Anfang an sehr gemocht. Und überrascht hat sie mich auch. Ging dir das auch so? Ich meine, klar, man hat sofort Lena und so. Ja, aber das habe ich versucht auszublenden. Ich habe The Voice nicht gesehen. Ich war in Köln sehr überrascht, angenehm überrascht, immer überraschter. Und ich fand das ganz naheliegend, dass sie natürlich gewinnen muss. Und zwar nicht, weil das Lied gut ist. Das Lied ist gut. Ja. Sondern weil die junge Chanteuse, wie man früher gesagt hätte, das offenbar über die große Fähigkeit verfügt, Konkurrenzen zu bestehen. Also das hat sie mir erzählt vor zehn Tagen im Interview. Dann sagte sie, ja, und The Voice, das war irgendwie alles noch so kuschelig, so eine große Familie. Und dann beim Vorentscheid, da gab es dann schon zwei so dissende Kommentare von Konkurrenten. Und dann sagte sie mir, na ja gut, dann war jetzt Konkurrenzfeeling und das kann ich auch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann soll sie das doch auch in Stockholm machen. Du hast auch mit ihr über den Stil geredet. Ist das denn so 100% Jamie oder ist da auch ein bisschen Show dabei? Also eher vielleicht einen Ticken aufgesetzt? Ich glaube, jede Plattenfirma tut gut daran, sich in ihre Schützlinge, in die Konzepte nicht allzu sehr einzumischen. Oder wenn nur, dass man das fast nicht merkt. Nein, soweit ich das überprüfen konnte, ist das für Jamie Lee das Natürlichste der Welt in dieser Weise. rumzulaufen, das kann man jetzt sozusagen in meinem Alter, in deinem Alter oder selbst schon in deinem Alter kann man irgendwie ganz bizarr finden. Aber wir haben früher auch bizarre Dinge gemacht. Also Jeans, alle Weltrechte heute Jeans, das war mit das Verpönteste. Das durfte man nicht. Das zieht ja endlich mal eine gute Hose an. Genau, das ist aber schon ganz schön lange her. Ja, das ist ganz schön lange her. Ich meine, ich habe mit ihr auch gesprochen und habe sie genau danach auch gefragt. Und da hat sie gesagt, nee, sie interessiert sich eben so wahnsinnig für diese Comicwelt und so. Und man nimmt ihr das einfach wirklich ab. Und ich glaube, ganz ehrlich auch, sie hat zu mir gesagt, ja, ja, wir feilen noch dran. Und na klar, reden ganz viele mit. Aber man merkt ganz klar, sie hat ihre Linie, sie hat ihren Stil. Sie ist nicht abgeneigt, auch Ratschläge noch anzunehmen, weil natürlich Profis wissen, wie wirkt was im Fernsehen, wie kommt was auf der großen Bühne rüber. Aber ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass sie sehr genau weiß, was sie will und dass sie sich nicht irgendwas aufschnacken lässt. Sie ist keine Gefälligkeitstussi. Also es gibt ja so junge Frauen, die irgendwie auch sich so schminken, dass sie glauben, dass die anderen sie deswegen gut finden. Ich glaube, dass Jamie Lee, das ist natürlich nur mein Gefühl, wer könnte das prüfen, aber so findet sie das selber gut. Das ist ihr Style. Und offenbar hat sie vom Elternhaus her diese Freiheit, da nicht ungewicht angemeckert zu werden. Hey, wie siehst du denn jetzt aus? Sondern sie macht es so. Und ich finde das eine große Freude. Das ist so Manga und Anime-Geschichten. Die hat man auch in Leipzig bei der Buchmesse neulich gesehen. Das ist offenbar ein sehr beliebter Style in unserem Land und es gefällt mir. Sie lässt sich ja tatsächlich nicht reinquatschen, auch nicht beim Fotoshooting. Da haben wir ein paar Bilder vorbereitet zu ihrem neuen Album. Nur bei der Requisite darf dann noch der Manager bzw. der Fotograf Vorschläge machen. Da sehen wir sie gerade, wie sie sich fertig macht. Und dann sagte der Fotograf wohl, es fehlt irgendwie noch was im Bild. Jamie Lee ist nicht genug. Wo kriegen wir jetzt einen riesigen Teddybären her? Und dann ist der Manager kurz und schlossen zu eBay-Kleinerzeigen online reingegangen und hat innerhalb von einer Stunde dann noch diesen pinken Teddy für Jamie Lee organisiert. Und der kam auch gut an. Ich finde, man sieht einfach, auch wenn uns das vielleicht als eine Verkleidung vorkommen würde, man sieht, dass die sehr bei sich ist. Und das finde ich für eine 18-Jährige, also die ja gerade auch erst 18 geworden ist, erstaunlich. Also die hat einfach eine Sicherheit, ohne dabei überheblich zu sein. Das ist ja auch ein schmaler Grad manchmal, sich sehr sicher zu sein, sich ganz cool und toll zu finden. Und bei ihr ist es genau auf dem richtigen Level. Dass sie weiß, sie ist bei sich, sie kann diese Konkurrenz auch aushalten und ist dabei trotzdem einfach sehr liebenswürdig. Nach dem Eindruck, den wir so kriegen. Aber ich mag jetzt fast nicht glauben, dass sie so abgebrüht ist, den Medien einfach ein sympathisches Bild zu bieten und dann eben doch in Wahrheit eine Zicke zu sein. Nein, dann hätte sie auch The Voice nicht gewonnen. Ich glaube das einfach nicht. Ich hoffe sehr, dass diese Eigenheiten von ihr auch bis Stockholm nicht planiert werden, sondern dass man ihr genug Raum lässt, die auf der Bühne auch zeigen zu können. Absolut. Wir haben eine Frage von den Usern. Und zwar Candy fragt, war Jamie Lee denn auch euer Favorit im Vorentscheid? Ja. Bei euch beiden? Ja. Es gibt, nachdem wir sie gerade so gelobt haben, auch Kritik hier in unserem Chat. ESC Boy schreibt, man hört noch das Kindliche in Jamies Stimme, was mich noch leicht stört. Der Song ist langweilig, keine Steigerung, Staging mehr. Insgesamt bei mir nur Platz 34. Das ist natürlich ein hartes Urteil. Gesanglich kann sie da mithalten mit der Konkurrenz in Stockholm? Was denkt ihr? Also stimmlich glaube ich auf jeden Fall, weil ich schon glaube, dass das gesamte Publikum eben auch anerkennt, wie jung sie ist. Der Song macht mir da eher noch so ein paar Sorgen. Also ich glaube, dass da Lieder dabei sind, die eben, weil sie vielleicht so kalkuliert sind oder einfach auch vom Charakter in eine andere Richtung gehen, noch mehr Power haben. Aber ich glaube, dass Jamie Lee da auf jeden Fall im Kreis der Konkurrenten gut aufgestellt ist. Warum soll sie eigentlich nicht klingen, wie inzwischen ja 18? Also das wäre ja ganz erschütternd, klänge sie also wie eine 67-jährige Nina Simone oder eine inzwischen 73-jährige Erisa Franklin. Es hat beim ESC sehr viele junge Sängerinnen gegeben, die klangen altersentsprechend auch noch als Teenager. Und dann hat es aber in dem Alter auch immer Stimmen gegeben, die so kiksig über Lolita-haft klang. Das kam nie gut an. Und sie ist in einem Gospel-Core-Mitglied. Also was soll da stimmlich schief gehen? Glaube ich auch. Also auch das Urteil ihrer prominenten Kollegen, das fällt recht eindeutig aus. Letzte Woche war sie ja beim Echo. Und da ist unser rasender Reporter Bürger Lars Dietrich mal über den Teppich geflitzt und hat ein paar Meinungen zu Jamie Lee eingefangen. Sie ist begeistert, wie perfekt sie singt. Das ist ja irre. Die singt immer live. Ich finde, sie hat auch wirklich eine Chance, eine sehr, sehr gute Platzierung für uns einzusacken. Dass sie den Mund aufgemacht hat, okay, Intonation 1+, Stimme 1+, und der Song kann auch was. Dementsprechend würde mich nicht wundern, wenn da einiges geht. Natürlich habe ich sie gesehen. Ich habe mir natürlich den Vorenstand angeguckt. Was wäre ich denn für eine ehemalige Gewinnerin, wenn ich das nicht verfolge? Ich denke, dass da schon viele, viele Punkte des Rezeptes zum Erfolg abgehakt wurden. Und ich meine, es wird sehr spannend. Man sagt ja immer Deutschland, das wird nichts. Ich sage mal bei Jamie Lee, haltet euch fest, man weiß es nie. Wollt ihr noch einen Tipp geben? Ihr wisst ja, wie es ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach selbst treu zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Ach ja, ich hoffe, dass sie einfach die Ruhe hinkriegt, weil es ist ja schon aufregend, glaube ich, auf so einer Bühne zu stehen, da schauen Millionen Leute zu. Und dass sie einfach da bei sich ist und den Song gut performen kann für sich. Und ich drücke alle Daumen, dass sie gewinnt. Bald kommt der ISC. Wir werden Jamie Lee sehen und unterstützen und tanzen und glöger lassen. Dietrich ist auch am Start. Ich bin zwar dunkel, aber ich kann nicht rappen, ich kann nicht singen, aber ich kann ein bisschen tappen. Yeah! Ey, sehr gut, sehr gut. Das war doch schön. Das war doch cool, natürlich. Ach komm, ach natürlich. Aber das ist ja der Witz, das muss man erst mal schaffen. Es reint sich, das hat sie nicht gereinnt. Das muss ich auch nicht immer reinen. Also sehr viel Support von den Kollegen. Anke, du kennst natürlich auch die Bühne, die große Bühne. Was würdest du denn Jamie Lee mitgeben jetzt nach Stockholm? Genau das, was sie bisher gemacht hat. Bei sich sein und auch wissen, wenn es nicht der erste Platz wird und wenn es auch keine Top-Ten-Platzierung ist. Sie ist so jung, ihr liegt die Welt zu Füßen. Sie kann was, definitiv. Und ich glaube, dass die sich... Du musst, glaube ich... Ich habe noch nie vor so vielen Millionen gestanden. Eher selten. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei sind. Man muss das ausblenden. Du bist in dem Saal, das kann sie. Das haben wir beim Echo gesehen, das haben wir im Vorhandschatt gesehen. An mehr muss sie gar nicht denken. Ob da ein paar Millionen mehr zugucken, fällt gar nicht mehr auf. Daran darf man einfach nicht denken. Du kennst die alle nicht. Das ist irgendeine anonyme Masse. Heute ist es sowieso so. Du weißt, wenn du sowas ablieferst, es kann millionenfach im Netz geklickt werden. Muss aber nicht. Was soll sie sich darum scheren? Sie muss den Saal gefangen nehmen. Und dann, glaube ich, hast du so eine... Dann hat man eine Stimmung, die sich eben auch auf alle anderen überträgt, die zugucken. Einfach durch da, so wie sie bisher alles gemeistert hat. Ja, und mit erstaunlich wenig Allüren. Ich habe das auch beobachtet, dass sie wirklich sehr sie selbst ist, Jan. Was denkst du, wer passt da auf sie auf? Wer kümmert sich um sie? Wer wird in Stockholm um Jamie Lee herumspringen? Zwei Betreuer, die sie selbst benennt mit Smudo und Miki. Und wollen wir hoffen, dass sie wirklich gute Guardian Angel sind, die die ganzen Reihenquatscher und macht dies, macht das wesentlich zurückhalten. Und ansonsten hoffe ich, dass sie nicht in den Proben gut ist. Da kann sie gut sein oder nicht so gut. Ist völlig egal. Da muss sie nur richtig schon mal stehen fürs Licht und für die Aufbauten und so weiter. Sondern, dass sie den Auftritt selber genießt als eine ziemlich starke Performance-Möglichkeit in ihrem Alter. Und der Rest ist völlig einerlei. Und der Rest kommt im Übrigen von allein. Ja, glaube ich auch. Was denkt ihr denn, wie das in Punkten, also von den anderen Ländern aussehen wird, der Rest? Also was kommt da zurück? Wie wird dieser Stil aufgegriffen? Wie wird ihre Stimme aufgegriffen von den anderen Ländern? Mit wie vielen Punkten können wir rechnen? Ja, schwierig. Zumal wir ja dieses Jahr ein anderes Punktesystem haben. Es wird doppelt so viele Punkte geben wie in all den Jahren davor. Das weiß man nicht. Also das wage ich auch überhaupt nicht zu prognostizieren. Also ganz ehrlich, nach der Geschichte vom vergangenen Jahr traue ich mich auch nicht, was zu sagen. Also man könnte ja jetzt wieder viel auf die Seite packen und sagen, dafür kriegen wir Pluspunkte, dann kriegen wir wieder Abzüge. Wie viel spielt die politische Situation mit eine Rolle? Ich finde das ganz schwierig. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall eine Kandidatin schicken, die man nicht ignorieren kann europaweit. Versuch doch mal selber, das in Punkte, in eure Punkte zu fassen. Und die Regie sagt mir freundlicherweise, was unsere User getippt haben. Denn da bin ich jetzt gespannt, ob ihr vielleicht am Ende mal... Werden Sie so lieb, ne? ...mal gemeinsam in die Nähe kommt. Ich sage ja auch beim HSV immer, dieses Jahr steu ich da wirklich ab. Also um denn nicht allzu enttäuscht zu sein, wenn er und so weiter... Ich will mal eigentlich... Ich finde, die Zähne ist denn doch... Jawohl. Ich wollte jetzt erst pseudomäßig kritisch sieben Punkte geben. Und ich war bei acht und bin schwank jetzt zwischen acht und zwölf. Nicht übertreiben. Nein, nee, nee, ich darf nicht übertreiben. Ich habe vorhin Freddy... Also ich nehme die acht. Einfach wegen der Erwartungen, die man nachher nicht so sehr geknickt sehen möchte. Also ihr liegt auch diesmal nicht so schlecht, Gott sei Dank. Denn unsere User, die geben Jamie Lee 8,2 Punkte. Das ist die ghost of you, haunt in the ghost of me. We're not seeing these ghosts forever. Tell me who's getting out. This is the ghost of you. Haunt in the ghost of me. We're not here, we're not here together. Tell me who's getting out. This is the ghost of you. The ghost of you, haunt in the ghost of me. Then I'll see these ghosts forever. Tell me who's getting out. Sehr überrascht, angenehm überrascht, immer überraschter. Und ich fand das ganz naheliegend, dass sie natürlich gewinnen muss. Und zwar nicht, weil das Lied gut ist. Das Lied ist gut. Sondern weil die junge Chanteuse, wie man früher gesagt hätte, das offenbar über die große Fähigkeit verfügt, Konkurrenzen zu bestehen. Also das hat sie mir erzählt vor zehn Tagen im Interview. Dann sagte sie, ja, und The Voice, das war irgendwie alles noch so kuschelig, so eine große Familie. Und dann beim Vorentscheid, da gab es dann schon zwei so dissende Kommentare von Konkurrenten. Und dann sagte sie mir, naja gut, dann war jetzt Konkurrenzfeeling und das kann ich auch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann soll sie das doch auch in Stockholm machen. Du hast auch mit ihr über den Stil geredet. Ist das denn so 100% Jamie oder ist da auch ein bisschen Show dabei, also eher vielleicht einen Ticken aufgesetzt? Ich glaube, jede Plattenfirma tut gut daran, sich in ihre Schützlinge, in die Konzepte nicht allzu sehr einzumischen. Oder wenn nur, dass man das fast nicht merkt. Nein, soweit ich das überprüfen konnte, ist das für Jamie Lee das Natürlichste der Welt in dieser Weise. Umzulaufen, das kann man jetzt sozusagen in meinem Alter, in deinem Alter oder selbst schon in deinem Alter, kann man irgendwie ganz bizarr finden. Aber wir haben früher auch bizarre Dinge gemacht. Also Jeans, alle Weltrechte heute Jeans, das war mit das Verpönteste. So, das durfte man nicht. Das sieht ja endlich mal eine gute Hose an. Genau, das ist aber schon ganz schön lange her. Ja, das ist ganz schön lange her. Ich meine, ich habe mit ihr auch gesprochen und habe sie genau danach auch gefragt. Und da hat sie gesagt, nee, sie interessiert sich eben so wahnsinnig für diese Comicwelt und so. Und man nimmt ihr das einfach wirklich ab. Und ich glaube, ganz ehrlich auch, sie hat zu mir gesagt, ja, ja, wir feilen noch dran. Und na klar, reden ganz viele mit. Aber man merkt ganz klar, sie hat ihre Linie, sie hat ihren Stil. Sie ist nicht abgeneigt, auch Ratschläge noch anzunehmen. Weil natürlich Profis wissen, wie wirkt was im Fernsehen, wie kommt was auf der großen Bühne rüber. Aber ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass sie sehr genau weiß, was sie will und dass sie sich nicht irgendwas aufschnacken lässt. Sie ist keine Gefälligkeitstussi. Es gibt ja so junge Frauen, die irgendwie auch sich so schminken, dass sie glauben, dass die anderen sie deswegen gut finden. Ich glaube, dass Jamie Lee, das ist natürlich nur mein Gefühl. Dass sie einfach da bei sich ist und den Song gut performen kann für sich. Und ich drücke alle Daumen, dass sie gewinnt. Bald kommt der ISC. Wir werden Jamie Lee sehen und unterstützen und tanzen. Und Lörgela's Liedrich ist auch am Start. Ich bin zwar dunkel, aber ich kann nicht rappen. Ich kann nicht singen, aber ich kann ein bisschen tanzen. Yeah! Ey, sehr gut, sehr gut. Das war doch schön. Das war doch cool, natürlich. Ach komm, ach natürlich, aber das ist ja der Witz. Das muss man erst mal schaffen. Das hat sie nicht gemeint. Das muss ich auch nicht immer rein. Also sehr viel Support von den Kollegen. Anke, du kennst natürlich auch die Bühne, die große Bühne. Was würdest du denn Jamie Lee mitgeben jetzt nach Stockholm? Genau das, was sie bisher gemacht hat. Bei sich sein und auch wissen, wenn es nicht der erste Platz wird und wenn es auch keine Top-Ten-Platzierung ist. Sie ist so jung, ihr liegt die Welt zu Füßen. Sie kann was, definitiv. Und ich glaube, dass die sich... Du musst, glaube ich... Ich habe noch nie vor so vielen Millionen gestanden. Eher selten. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei sind. Man muss das ausblenden. Du bist in dem Saal. Das kann sie. Das haben wir beim Echo gesehen. Das haben wir im Vorhandscheid gesehen. An mehr muss sie gar nicht denken. Ob da ein paar Millionen mehr zugucken, fällt gar nicht mehr auf. Daran darf man einfach nicht denken. Du kennst die alle nicht. Das ist irgendeine anonyme Masse. Heute ist es sowieso so, du weißt, wenn du sowas ablieferst, es kann millionenfach im Netz geklickt werden. Muss aber nicht. Was soll sie sich darum scheren? Sie muss den Saal gefangen nehmen und dann, glaube ich, hast du so eine... Dann hat man eine Stimmung, die sich eben auch auf alle anderen überträgt, die zugucken. Einfach durch da, so wie sie bisher alles gemeistert hat. Ja, und mit erstaunlich wenig Allüren. Ich habe das auch beobachtet, dass sie wirklich sehr sie selbst ist, Jan. Was denkst du, wer passt da auf sie auf? Wer kümmert sich um sie? Wer wird in Stockholm um Jamie Lee herumspringen? Zwei Betreuer, die sie selbst benennt mit Smudo und Micky. Und wir wollen mal hoffen, dass sie wirklich gute Guardian Angel sind, die die ganzen Reihenquatscher und macht dies, macht das, wesentlich zurückhalten. Und ansonsten hoffe ich, dass sie nicht in den Proben gut ist. Da kann sie gut sein oder nicht so gut, ist völlig egal. Da muss sie nur richtig schon mal stehen fürs Licht und für die Augen. Wer könnte das prüfen? Aber so findet sie das selber gut. Das ist ihr Style. Und offenbar hat sie vom Elternhaus her diese Freiheit, da nicht unheimlich angemeckert zu werden. Hey, wie siehst du denn jetzt aus? Sondern sie macht es so. Und ich finde das eine große Freude. Das ist so Manga und Anime-Geschichten. Die hat man auch in Leipzig bei der Buchmesse neulich gesehen. Das ist offenbar ein sehr beliebter Style in unserem Land und es gefällt mir. Sie lässt sich ja tatsächlich nicht reinquatschen, auch nicht beim Fotoshooting. Da haben wir ein paar Bilder vorbereitet zu ihrem neuen Album. Nur bei der Requisite, da darf dann noch der Manager bzw. der Fotograf Vorschläge machen. Da sehen wir sie gerade, wie sie sich fertig macht. Und dann sagte der Fotograf wohl, es fehlt irgendwie noch was im Bild. Jamie Lee ist nicht genug. Wo kriegen wir jetzt einen riesigen Teddybären her? Und dann ist der Manager kurz und schlossen zu Ebay-Kleinarzeigen online reingegangen und hat innerhalb von einer Stunde dann noch diesen pinken Teddy für Jamie Lee organisiert. Und der kam auch gut an. Ich finde, man sieht einfach, auch wenn uns das vielleicht als ne Verkleidung vorkommen würde, man sieht, dass die sehr bei sich ist. Und das finde ich für ne 18-Jährige, also der ja gerade auch erst 18 geworden ist, erstaunlich. Also die hat einfach ne Sicherheit, ohne dabei überheblich zu sein. Das ist ja auch ein schmaler Grad manchmal, sich sehr sicher zu sein, sich ganz cool und toll zu finden. Und bei ihr ist es genau auf dem richtigen Level, dass sie weiß, sie ist bei sich, sie kann diese Konkurrenz auch aushalten und ist dabei trotzdem einfach sehr liebenswürdig. Nach dem Eindruck, den wir so kriegen. Aber ich mag jetzt fast nicht glauben, dass sie so abgebrüht ist, den Medien einfach ein sympathisches Bild zu bieten und dann eben doch in Wahrheit ne Zicke zu sein. Nein, dann hätte sie auch The Voice nicht gewonnen. Ich glaube das einfach nicht. Ich hoffe sehr, dass diese Eigenheiten von ihr auch bis Stockholm nicht planiert werden, sondern dass man ihr genug Raum lässt, die auf der Bühne auch zeigen zu können. Absolut. Wir haben eine Frage von den Usern und zwar Candy fragt, war Jamie Lee denn auch euer Favorit im Vorentscheid? Ja. Bei euch beiden? Es gibt, nachdem wir sie gerade so gelobt haben, auch Kritik hier in unserem Chat. ESC Boy schreibt, man hört noch das Kindliche in Jamies Stimme, was mich noch leicht stört. Der Song ist langweilig, keine Steigerung, Staging mehr insgesamt bei mir nur Platz 34. Das ist natürlich ein hartes Urteil. Gesanglich kann sie da mithalten mit der Konkurrenz in Stockholm? Was denkt ihr? Also stimmlich glaube ich auf jeden Fall, weil ich schon glaube, dass das gesamte Publikum eben auch anerkennt, wie jung sie ist. Der Song macht mir da eher noch so ein paar Sorgen. Also ich glaube, dass da Lieder dabei sind, die eben, weil sie vielleicht so kalkuliert sind oder einfach auch vom Charakter in eine andere Richtung gehen, noch mehr Power haben. Aber ich glaube, dass Jamie Lee da auf jeden Fall im Kreis der Konkurrenten gut aufgestellt ist. Warum soll sie eigentlich nicht klingen wie inzwischen die 18? Also das wäre ja ganz erschütternd. Klänge sie also wie eine 67-jährige Nina Simone oder eine inzwischen 73-jährige Aretha Franklin. Es hat beim ESC sehr viele junge Sängerinnen gegeben, die klangen altersentsprechend auch noch als Teenager. Und dann hat es aber in dem Alter auch immer Stimmen gegeben, die so kieksig, überlolitahaft klangen. Das kam nie gut an. Und sie ist in einem Gospelchor-Mitglied. Also was soll da stimmlich schief gehen? Glaube ich auch. Also auch das Urteil ihrer prominenten Kollegen, das fällt recht eindeutig aus. Letzte Woche war sie ja beim Echo. Und da ist unser rasender Reporter Bürger Lars Dietrich mal über den Teppich geflitzt und hat ein paar Meinungen zu Jamie Lee eingefangen. Sie begeistert, wie perfekt sie singt. Das ist ja irre. Die singt immer live. Ich finde, sie hat auch wirklich eine Chance, eine sehr, sehr gute Platzierung für uns einzusacken. Als sie den Mund aufgemacht hat, dachte ich, okay, Intonation 1+, Stimme 1+. Und der Song kann auch was. Dementsprechend würde mich nicht wundern, wenn da einiges geht. Natürlich habe ich sie gesehen. Ich habe mir natürlich den Vorenstand angeguckt. Was wäre ich denn für eine ehemalige Gewinnerin, wenn ich das nicht verfolge? Ich denke, dass da schon viele, viele Punkte des Rezeptes zum Erfolg abgehakt wurden. Und ich meine, es wird sehr spannend. Man sagt ja immer, Deutschland, das wird nichts. Ich sage mal, bei Jamie Lee, haltet euch fest, man weiß es nie. Wolltet ihr noch einen Tipp geben? Ihr wisst ja, wie es ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach selbst treu zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Ach ja, ich hoffe, dass sie einfach die Ruhe hinkriegt, dass sie, weil das ist ja schon aufregend, glaube ich, auf so einer Bühne zu stehen, zu wissen, da schauen Millionen Leute zu. Ja, wir Deutschen, wir lieben den ESC. Das sieht man auch jedes Jahr an den hitzigen Debatten um die Teilnehmer. Letztes Jahr der skandalöse Rückzieher, dieses Jahr der Aufreger um Xavier Naidoo. Und ganz unbeeindruckt von all diesem Rummel hat sich eine Schülerin aus Niedersachsen das Ticket nach Stockholm geschnappt. Jamie Lee tritt für Deutschland an mit Ghost. Und die schrillen Outfits, die Wahnsinnsstimme, das ist natürlich ein hoher Wiedererkennungswert. Man könnte sagen, läuft bei Jamie Lee. Aber wird sie auch mit Ghost in Schweden in ganz Europa auffallen? Das schauen wir uns an. Und noch ein sympathisches Lächeln dazu. Das ist Jamie Lee. Ich bin natürlich schon total gespannt auf die Bühne, auf das Outfit. Aber jetzt wirklich nochmal zur Stimme, Anke. Als du das Lied zum ersten Mal gehört hast, was dachtest du da? Top, Flop? Wie ging es dir? Das Problem in Anführungszeichen war, dass ich sie zugleich gesehen und gehört habe. Und mich wirklich gefragt habe, wie kann aus so einem jungen Ding so eine Stimme kommen, mit dem Umfang und auch mit dieser Sicherheit. Also die hat ja eine Selbstverständlichkeit beim Singen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann dieses Bild dazu, man sieht einfach, das ist authentisch, das lieben sie, das ist mir persönlich total fremd. Aber ich mag diese Farbe, dieses bisschen abgedrehte, was du in dem Alter auch alles noch machen kannst. Wo keiner sagt, oh, was macht sie denn da? Sondern man weiß einfach, das macht die, weil die das lebt und weil die voll dahinter steht. Und deswegen hatte ich so ein bisschen, ein kleines bisschen auch Mutterinstinkt. Ich habe sie einfach wirklich von Anfang an sehr gemocht. Und überrascht hat sie mich auch. Ging dir das auch so? Ich meine, klar, man hat sofort Lena und so. Aber das habe ich versucht auszublenden. Ich habe The Voice nicht gesehen. Ich war in Köln.